Are we gonna play now, ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now. Yo Leute, herzlich willkommen zu einem kurzen Video auf meinem Kanal. Ähm, es gibt ganz blöde Nachrichten für alle GTA Online-Spieler unter euch, die Autos gemoddet haben. Die moddete Cars mit F1-Failing und wenn die Failing sind, auf der Blacklist. Das heißt, es kann sein, dass ihr eure gemoddeten Autos alle verlieren werdet. Äh, also wundert euch nicht, wenn eure Autos weg sein sollten. Nur so zur Info, eure normalen Autos behaltet ihr, die gemoddeten sind aber auf der Blacklist. Alles klar, ich hoffe natürlich, dass es bei euch nicht so ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, habt's gut, meine Damen und Herren, ciao.